Ja, ja, es ist ganz schlimm. So schlimm. Und das Schlimme ist auch, du hörst die ganze Zeit keinen im Haus. Ja, aber sie schleichen. Ja, und dann läuft auf einmal wer vor dir. Dann killst du den. Und dann ist auf einmal direkt eine Sekunde später ein Dritter da. Dann denkst du dir so, hä? Digga, wo warst du die ganze Zeit? Das ist so schlimm. Die können dich so kotzen. Sie spielen auch alle mit Ghost. Sie spielen alle mit Ghost. Ja, ja, safe, safe. Krieg ich so einen Anfall. Das ist so schlimm. Ist das jetzt? Das war's für heute. Und Ausrüstung prüfen. Zum Einsatz kommt es noch weiter. So. Ich probier jetzt mal schnell die STG aus. Ich bin ja gespannt wie die jetzt ist. Ein kleines Kind. Das ist ein achtjähriger. Oh, ich muss meine Dickenlaut drehen. Musik jetzt sagt, dann drehe ich immer Lautstärke auf 20%. Das erzähle ich gerade für's gar nichts. Abzug. Aber wenigstens haben wir schon einen drin. Die Schöne, die Maske. Ah, die muss er gehen. Was ist denn hier im Dach? Das Versionsziel lautet, das kommt jetzt wieder aus. Wir haben dich dieses Mal besser. Einer seiner Fabriette. Ja, die kämpfen jetzt hier nicht runter ab. Ach ne, hier ist auch schwierig. Na ja, über dir. Ja, läuft. Na ja, von zwei Seiten. Da sind das auf dem anderen Team geweckt. Sorry. Aufmerksamkeit steigt wieder ein. Hä? Wieso zählt der dritte? Hast du den dritten Schlag gesehen? Ich habe ihn ein drittes Mal geschlagen. Der hat irgendwie nicht gehütet. Beim zweiten war das Schief weg und der dritte hat irgendwie nicht mehr gezählt. Passt dann, lass mal Prism probieren würde ich sagen. Boah, sowas kotzt mich an, Alter. Wenigstes gegenseitig muss ich nicht mehr sowas sagen. Da oben. Oh, der ist... Oh, Mann. Oh, der war direkt in den Boden schon durch. Ich bin steck... Ich bin zwischen Kiste und Dach über mir stecken geblieben. Ich bin nicht bewegt. Ich bin direkt sogar glücklicherweise auf einer guten Waffe gelang, ey. Ich dachte, ich bin in den Schockgang. Seitlich kommt wieder wer ran. Seitlich, seitlich. Da steht jetzt drauf. Achso, der ist unter dir. Der will genau eins unter dir da gestanden. Oh, der ist jetzt hier. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Boah, nix. Ich kann ja mit ne gute Waffe droppen. Ich hab ne MP. Ich hab ne MP. Ich hab ne MP. Hier unten. Noch einer. Dann fällt. Doch. Oh, das sind noch zwei. Das sind noch zwei. Einer ist auch riesig. Oh. Ne, ne, da kommen noch ganz viele. Nicht peaken, nicht peaken. Da kommen noch so viele. Da ist noch ein anderes drin, lass ich. Ah, hinten sind auch welche oben. Feinde landen im Einsatzgebiet. Da kommt mein König. Kopfkennziel markiert. Mach sie fertig. Und bin noch welchen. Einmal rausgeschaut und schon. Verstanden. Ich hab einfach nur den Molotov runtergeworfen und bin wieder rein. Ja. Ja. Ich dachte ich eigentlich, hier hat jetzt Spaß bei dem Spiel. Der Camp wäre von Nova. Obgelordert. Hey, noch null Kills. Und die Fracht beschlagnahmt. Einer der Verbündeten ist zurück im Spiel. Ja, ich hab mein Königschwein auch. Ne, lauter gut abgekampft. Ja, ja. Ostabendsbewegen. Ja, ja. Ja, wir sind. Ah, ich bin auf der Laserne gelandet. Die Jungen ist trotzdem weh. Die Zeit wird klar. Wir müssen zum Zielkreis verlegen. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Stromgewehr markiert. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Der Aufmacht ist erledigt. Das war wirklich gut. Der Aufmacht ist erledigt. Ich könnte ein Loadout kaufen. Irgendwie kämpft jetzt keiner mehr den Loadout auf. Aber ich hab das Gefühl. Hm, ich hab gerade einen Schock gedrefft. Oh, da. Nichts Loadout. Oh, das ist nicht mehr gut. Oh, das ist nicht mehr gut. Ah, nein. Hallo. Die ist die Schilderklang. Das Graf breitet sich aus. Komm, Laura droben war gerade einer, kann ich sein. Ich werde einfach mal D da jetzt machen. Die müssen da auf jeden Fall her, aber ich weiß nicht von wo. Ich schau, wo Laura steht. Ach, ich stehe vor der Tür. Ich werde direkt beschossen. Das war so smart. Ah, noch einer. Noch einer. Da im Fenster. Ah, der war sogar auf. Die hat direkt auf mir dran. Ich verstehe es nicht. Die drehen sich immer um die Ecke und so. Das ist der Crossplay ausgeschalten, oder? Ja. Der ist in der Auferstehung. Hol hier deine Rache. Ich hab doch schon gezogen. Sind hier noch welche? Da ja, da ja. Hier sogar, da kommt noch ein anderes Team. Wer geht da das seitlich? Ja, ja, ja. Reise der Vorratsstationen wurden angepasst. Am Fernseher kann der Wind bei MRP. Ich weiß aber nicht, dass keiner von hinten kommt. Die ganz oben drin? Ja, oder? Das ist das ganze. Nur. Einer noch, einer weg. Wir campen die Dritte hinter der Tür. Ah, genau so lange wie die Zone da auch. Möchtest du da sehen, oder? Ja, ich camp jetzt mal hier wahrscheinlich durch den Stück. Naja, die checken das glaube ich gar nicht. Schau mal, mein Schaf. Ja, komm jetzt runter. Ja, komm jetzt runter. Ja, los. Los! Ah, Zone kommt schon. Was meinten die? Mhm. Nein. Habe ich selber einfach durch rein gesehen. Verspringen jetzt der Dritte. Cool. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber. Nein! Jetzt sind die da rein. Nein, ich hab zwei noch. Zwei noch. Werner gelaufen. Ich hier. Ja, hab ich gebraucht. Ich will doch nicht die Leiter gehen jetzt. Einer. 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 Schade. Oh Mann. Ich bin auch sie in die Leiter gegangen. Ah, jetzt klingelt's, Alter. Wie klingelt's jetzt? Mann, was wollen wir jetzt? Wieso gehst du jetzt die letzten zwei Sekunden raus? Oh, hier noch. Ah, du bist genau fünf Sekunden zu spät. Aua. Nein. Ex-Post-Jotinon. Der Vollidiot ist auch grad einfach... Kann doch nicht sein. Nein. Diagnose, wir versuchen rauskriegen. Alles klar. Hier sind's noch zehn Leute. Hat er da viel Cash? Ui. Hat er die Drachen oder irgendwas? Nein, ich hatte doch den ersten schon gefinisht. Alter, ich hatte doch den ersten schon gefinisht. Wieso pusht er raus, wenn er sich gerade erst hochholt? Ich verstehe sowas nicht. Wie schwitzig kann man sein? Ja, das war krass. Der ist wirklich gerade, ich dachte, ich habe den noch gefinisht. Ich dachte, das wäre der dritte, aber das war der. Und unser dritter ist einfach rausgegelt. Der hätte beinahe nicht mehr geschafft, dass wir uns spawnen, weil er einfach, er war in einer Hütte, wo ihn keiner treffen konnte und rennt dann sechs Sekunden vor, raus und stirbt. Und dachte ich schon, das schaffen wir nicht mehr, aber du bist schon zwei Sekunden vor mir gespawnt. Oh dea, also dumme Mensch, gibt's echt. Ja, wir sind der dritte, bei uns. Sigo, das ist noch kein Fin. Vielen Dank.